So, yes, da soll er sein. Yo, willkommen bei Godotv, den einzigen Kanal, den ihr wirklich braucht. Now live, genau. Heute World Series, erste Duo, Deep Forest. Genau, ihr seid live eingeladen. Live dabei, bei Godotv. Oh, passt. Mal checken. Jo, willkommen bei World Series. Dann wollen wir es mal rocken, das große Rennen. Einmal freies Training, soweit es noch geht. Oh, sieht gut aus. Jo, Mazda Baby. Boah, sieht ja geil aus. Jetzt geht mal ein Japaner, Mann. Okay, ich merkst du, du hast zu viel Power, Baby. Ich merkst du, du hast zu viel Power, Baby. Oh, Sportreifen. Warum muss es denn unbedingt Sportreifen sein? Ich hab richtige Rennlatschen. Aber ist gut, hält sich gut in der Kurve. Das PS-Bolide. Oh, sogar Ledergarnitur, ey. Mega. Oh, scheiße. Kratzer reingemacht. Was hat der für Spiegel? Das sind keine Spiegel, ey. Lichtsensoren oder so. Warum auch keine Spiegel? Auch da oben. Und ein Mikrospiegel. Oh, Alter. Sei es kompakt, Baby. Das Motor hier. Oh, und der PS-Power, Baby. Das bewegt die Kraft im Lenkrad. Wow. Was war das denn? Mein Scheiß hat mir nicht beim Rennen passieren, ey. Mazda. Lustige Fake-Spiegel. Wie soll ich damit was anfangen? Hat jemand vergessen, die Spiegel anzumontieren? Oh, diese Scheiß-Vortreifen. World's New Year's. Mit meinem Germanian-Zug. Das tritt natürlich das deutsche Volk. Das arroganteste Volk der Welt. Äh, ich mein, äh, ja. Geil, das ist das Lenkrad, ey. Wie geht das auch noch? Und die Lichtschattierung. Einfach mega. Ja, ich bin gerade weggerutscht. Das ist ja hier irgendwo, äh, verübel. Na hier. Ey, irgendwie ist hier ein Back. Alter, ist doch nicht normal. Ist doch ein Back. Als wäre hier so eine Ölspur. Da rutscht mir mal da weg. Ja. Da rutscht mir mal da weg. Da rutscht mir mal da weg. Und da rutscht mir mal da weg. Ah, das ist ja auch schon ganz klein, baby. Das war's für heute. Oh, die Bremsen sind gut. Die fahren besser als beim Porsche. Hier, das ist so... Ja, da, bumm. Ich trau das Ding mehr. Ich rutsch hier mal weg, ey. Das Ding ist ein Monster. Ja, da braucht Rennrei-Schlappen und keine Sports-Schlappen. Ich rutsch das Ding mehr. Ich rutsch das Ding mehr. Ah, der Motorrad ist so geil. Auch Stadt und Kost bestimmt vermögen, ey. Oh, da hört man die Reifen quälen. Oh, 10 Sekunden ist soweit. Ich habe das große Quali-File. Oh, das ist so geil. Oh, das ist so geil. Oh, das ist so entfindlich, ey. Noch ein kleiner Hüttl. Der geht sofort. Der geht sofort schwimmen. Yeah, we were. Hm? Gut. Ja, warm-up. Lass mal sein. 5 Minuten Dings. Sport. Geiles Auto. Das ist die schlichte Version. Rx-Vision 15 von 2015. Ah, 10. Als 10. starte ich bis jetzt. Viele fahren Ford GT, war klar, ey. Bin ich der einzige Deutsche? Garmania? Das gibt es nicht. Das darf es nicht sein, ja. Ich kann doch nicht der einzige Deutsche sein. Tja. Tatsächlich, bis jetzt. Oh, oh. Ich muss alleine mein Land vertreten hier. Das kann zwar nicht sein. Oh, Spanier. Spanier. Nederland. Das ist... Ne. Ist doch noch was anderes. Das ist Nederland. Skunk. Italien. Österreich. Aus der Öster Lake. Okay. So. Nicht, dass er wieder abschmiert. Qualifane. In Kürze. In 6 Sekunden. Let's go. Let's go Party. Ja. Ja. Die Turbomaschine. Motorheizwärm. Los geht's Baby. One, two, go. Ah, bloß auf ihn bleiben, sonst gibt's Straflach. Guck mal, der vorne hat schon Strafe. Weil er es nicht hingekriegt hat. Oh, jetzt könnte man richtig racen, ah ja. Boah. Kann ich wenigstens mit den GTs mithalten. Mit so einer Karre. Nach fort kommt der Japaner. Ah, das war nix Baby. Sollst du dich die Wand knutschen? Komm, komm. Bleib drauf. Boah, Übel. Nicht viel Druck, ey. Boah, und beinahe eingeknallt. Yeah. Den haben wir schon. Oh, der hat Probleme. Können alle kein Auto fahren. Ich auch nicht. Hab noch jemanden vor, Schein. Ah, jetzt kommt diese Kackstelle wieder. Da. Wie viel Bank ist das? Jetzt habe ich selbst das Lenkrad. Übel. Ey, du morgelt so, oder nicht? Mit deinem Mercedes. Duongs zu sch kendern. Puck. Du sitzt da bis dahin. Okay. Gib mir dir die Warnung. Wie viel Geld ist das? Sargieren mich nicht. Du bist da bis dahin. Ich bin leer... ...ich kann nicht. Ich bin endlich... Und wo equivalents, wenn du mit meinem Geld rauskopfd. in der Versteigungsanlehnung, In der Kartik, Ja, qualifieren, Baby. Der geht gut in die Kurve, eigentlich. Der geht gut in die Kurve. Der hat ja Power. Und wieder auf die Eisen. Zwölf gar nicht gut. Zum Glück keine harten Sportreifen. Und wieder auf die Monstermann. Der wird dann, Baby. Der wird dann. Ah, zu weit! Die Flommer, ja! Der Glücker gibt nach! Das ist sonst zu eng, der Kampf! Ja, wir treffen, Alter! Aus, äh, was ist das? Ach, Ungarn, ne? Ja, Ungarn! Ja, Mann! Ja, wieder! Voll der Bug! Das ist ein Bug! Aber wenn ich zu schnell bin! Natürlich automatisch das Lenkrad irgendwie zerreißen, das ist nicht schön! Yeah! Was haben wir denn hier? Vierzehnter! Ja, okay! Juhu! Juhu! So, einmal kurz, ne? Ich muss mal was gucken hier! Ja! 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 Bin wir dabei, Baby! Läuft! Vergesst nicht, mit zu folgen, ne? Und nächste Woche auf YouTube Manufaktur Cup Um die selbe Zeit Jemann So, auflegen, hat der Lenkback sich jetzt verabschiedet, ey! 41 Sekunden gehts los Fliegender Start Das ist very nice Leider kann ich mein eigenes Fahrzeug nicht nehmen, das ist ja viel geiler, aber gut Ist eigentlich dasselbe, was ich auch besitze, nur eine andere, ne? Ohne Sport-Version Und japanische, fast schon richtig Auf ein gutes Rennen, ja, wünsch ich auch! Unfair Und nicht unfair 12 brutale Runden Yeah Wenigst nicht letzter Jetzt gehts los Da, Propaganda-Video World Serious Die Fahrer sind bereit Ja 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 Fein, ja, nennt sich immer fein Weil es sich nicht ändern können wahrscheinlich Aber es ist die erste Runde Die erste Runde Die erste Runde Deep Forest Raceway Eine schöne Strecke eigentlich Irgendwo in der Schweiz In der Schweiz Die Schweizer Alten Sieht man ja, ne? Da sinds wieder Ford Arteis So, wo kommt der her? Was ist das für eine Flagge? Keine Ahnung Der Pole Der ist schonmal Pole Ah, der Ösfleisch Spunk Spunk Mhhhmhmhmhmh Mattapotaloo Mata- Achso Ja, wie läuft das alles gleich, eh? BAYSY WITH T.T. 9er PLAN Vom hinten hört man ihn schon Zwölfter, Dreizehnter Und hinterhin 13 bin ich natürlich Ford GT, geile Karre Da ist er, Benjamin Gordo Wie, schon so zerkratzt? Oder ne, sind wahrscheinlich nur Schatt, er hat auch einen Schönes Auto Ready, set Möge es beginnen Möge der Kampf beginnen Möge der Kampf beginnen Und beginnt die World Series Merk rein klemmen Am Arsch kleben wenn es geht Oh, pass mal, die fangen hier in den Hintern rein, so ehrgeizig sind die Oh, da kommt es schon Öko-Terroristen pur, Baby Hier, das ist das Übelste Das muss jeder können Ihr seid keine Profis, Merika Ich auch noch Ne, ich ganz Komm, er hat auch schon Dellen Komm wieder! Alter, was ist das? Für ein Scheiß-Bug Ey, das ist doch kacke so So ein Lenk-Bug drin, super ey Echt Hammer Na, er fährt mal wieder bum bum, er hat wahrscheinlich einen Lenkpark hier, wa? Uh, bum, das war ja sein Tod gewesen im echten Leben Das ist ein fieser Wack-Winne, ich lenke gar nicht und er zerreißt den Lenker, ey Dieser Gerahn da hinten, kurz vorm Ziel Das war ja Das war ja Das war ja Das war ja Da, wieder Bin mal hier Wo kann ich noch mal nicht richtig rausbeschleunigen? Ist doch kacke Egal Muss ich jetzt mitnehmen Oh, da hat sich wieder einer Wettgelebt irgendwo Schönes Auto, aber der Lenkpark ist so übel, ja Und runter mit den Scherben Mal aber, der kann nicht so durchheizen da, aber der macht eh Scheiße Da, wieder Ja Ey, das ist doch Hammer, was ist das? Dann machst du doch alles kaputt Ich lenke gar nicht und er zieht das Lenker nach links, ey Echt Hammer, ey Mal kriegt die Kursch Was ist das denn? Echt, das ist übel, ey Dann machen wir alles kaputt Unnötig Ein Ort mit defekter Lenkung, juhu! Ja 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 Das macht mega Spaß, sowas. Ich mach das mit Absicht so, ne? Ich muss schon einmal jede Runde mit Gewehrtäne gehen. Egal, äh... Fünfzehnte, auch nicht schlecht. Oh, öbel. So ein schönes Auto, dann bauen die ja so ein Backbein, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Heute ist echt der Wurm drin, ey. Also mach ich auch keine Bestzeit oder gute Plätze. Weil ich andere und die Challenger fahren muss. Ich kann doch Gas zugeben, ey. Immer Bier. Ja, jetzt nicht. Nur mich zu schnell, denn da gibt's Leckback, ey. So mal gefangen, ey. Oh, da will ich mal eine E-Mail schreiben, denn das geht gar nicht. Oh, da will ich mal eine E-Mail schreiben, denn das geht gar nicht. Oh, da muss ich nicht gepatcht werden. Ah. Ah. Das ist schon eine Scheiß-Mucke, ey. Das ist schon eine Scheiß-Mucke, ey. Na ja, da ist ein paar Punkte, passiere ich. Oh, das läuft das nächste Mal besser. Sechs Minuten. Was heißt der Raufen? Ja, im Benzin ist alles cool. Ist ja auch wenig Verschleiß. Da wieder, da! Obwohl ich gar nicht lenke, ey, wisst ihr? Yeah! Drifting, Baby! Boah, Ewe! So ein geiles Auto und so ein Bug drin, ey, Hammer! Ja, heute hat der Bug mich erwischt. Egal, auch da mitgemacht. Außer blamieren kann ich mich ja sowieso immer noch hier. Alter, ich roll' nur noch, ne? Muss ich mal hier vor. Na, aber hol'n wir mich schon? Egal! Hier, Eggie schwingt immer mit der Ring-Flagge hier. Ganz cool! Ich kenne gerade aus, wenn wir die selbe Stelle. Das walkie-talkie? Volle Automatik, Baby, ja? Das ist mal ein Knüppel, ey! Ha! Geiles Auto, aber dieser Lenkpack ist ey übel! Ich hab extra mit dem Treiber nochmal nachgeladen, aber... Ah, jetzt geh ich vom Gas. Hat keinen Sinn. Das ist der eine, der hat schon aufgegeben. Ich hab' auch wegen dem Lenkpack. Jetzt nicht! Wenn ich langsam genug bin, kein Problem. Ja. Nur wenn ich die Strecke richtig ausfahre. Mach' doch so'n Scheiß. Oh, da ist wieder jemand rausgerutscht. Ruhe! Ja! Hi! Ah! Ich doch noch 13. Das bringt mir nichts. Weil ich langsam da hinten fahren muss. Jaaah! Ja! Oh, da... Oh. Boah. Oh. ce Wir haben auch den Lenkback da haben. Oder manche, ich weiß es nicht. Ah! Ey, das ist so behindert. Alter. Ey, was für ein verbuggtes Gamerad, ey. Ich lenke gar nicht. Der Computer hat verreist das Lenkrad. Eigentlich müsste der Cup jetzt mir die Punkte schenken für den Scheißband. Okay, hauen immer mehr ab. Ah, jetzt überrunden sie mich schon. Ja, kein Wunder. Weil ich immer vor der Zigaraden ne Pirouette drehen muss. Ich bin überzeugt. Ja, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt. Oh my. Oh, oh. Oh my. Oh, oh. Oh. die restlichen Strecke fährt er aber wie er fahren soll ja ja ему, ja, juh, ja, ja! Oh, haha, ja, da kriegst du echt so, dass die Kräne an die Hände, oder? So, ich weiß gar nicht, wie meine Karriere zurückgeflogen wäre, ja? Parasites gemacht, oder so? Ah, das war lustig. Oder auch nicht. Mit einem Torscher geht das Problem. Ah, shit, das ist das doch alles. Wollt der Wurm drin. Egal, 30er. Die dumme Abrede, ja, man. Da ist ihn kaum abgeschrubbt. Boah, brettest du, oh Mann. Eieieieieieiei. Ich lasse rollen, ich lasse rollen. Das hat sowieso keinen Sinn. Aber ich... Wir wollen, dass du und langsam vergeht. Das ist so geil. Oh, einmal bremst mit dem Reifen. Letzte Runde. Ja, habe ich über Runde gewonnen. Wollte ich zum Glück nicht zu Ende fahren. Ich muss nur einmal den Lenkbacken noch überlegen. Wenn überhaupt. Ah, zählt wahrscheinlich schon die Zeit. Ach, schade. Gutes Auto dann so ein Scheiß. Egal. Haben so ein paar Punkte. Darf ich in der nächsten Runde dann alles nachholen. Ha, 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 ha. Hoffentlich ohne Bugs. Komm, noch einmal ein Lenkball. Komm, einmal. Da, da kommt er. Oh, wow. Kann mich übersprungen. Geiler Scheiß. Yeah, Winner. Ja, natürlich nicht. Boah, übel, ey. Der Lenkback hat echt alles versaut, ey. Aber egal. Scheiß drauf. Dreizehnter trotzdem, ne? Komm, disqualifiziert. Ja, guck. Die haben wohl alle irgendwie im Lenk oder so. Kann das sein? Weiß ich nicht. Oder manche. Keine Ahnung. Der Grund, warum die ausgestiegen sind. Aber egal. Meine Punkte. Yeah. Min, min. Genau. Yeah. Aufstieg oder nicht Aufstieg? Ja, ein Platz, gut. Ja, wenigstens ein Platz, gut noch gemacht. Mit dem Scheiß-Bug. Yeah. Na, genug Kilometer wird gefahren, ne? Boom. Ja, klar wird das gespeichert. Auch wenn's scheiße. Yo. Die Sitzung verlassen, baby. Yeah. So. Gucken wir mal. Ah, so. Die nächste. Das war Runde 1 heute. Und die letzte. Ah, Red Bull Ring ist der nächste. Red Bull Competition. Runde 2. Neue. Ach so. Red Bull Competition. Okay. Das ist das Event. Ach so. Auch wieder festgelegt. Vorgeben. Ah, ich hasse vorgegebene Fahrzeuge. Mal. In Mangio. In Mangio. In Mangio. In Mangio. In Italien. Der nächste. Eine schöne Strecke eigentlich. Hoffentlich ohne Bugs. Am 10. 7. Wieder hier bei Godotv auf jeden Fall. Ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. Yo. So. Ja, wenigstens ein paar Points gemacht, ne. Punkte, Rangliste. Wie geil sehe ich aus. Wenn noch berechnet wird. Ah, ich werde GT3 bin dann. Egal. Juh. Ja, danke fürs Zuschauen oder Nachschauen, wie auch immer. Ja. Vergiss nicht mir zu folgen und gerne bei YouTube nochmal rein knallen. Da sind auch sämtliche Videos. Und nächsten Samstag gibt es wieder. Ja. Manifactur Cup. Nächster Samstag auf YouTube, aber dann der Livestream. Hoffentlich ohne Bugs. Nicht wie heute. Ich sag mal bis bald, ne. Bye. Ja. Ich gebe mir nicht alle Sch solder. Ich habe ja Zeit dazu gehört.